So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ja im letzten Video, beziehungsweise habe ich euch ja meine neue Kamera gezeigt. Und wie versprochen heute ein kleines Unboxing. Hinter der Kamera ist der Flo. Wir filmen das Ganze jetzt mit dem Handy. Werden wir aber gleich ändern, wenn wir diese Kamera auspacken. Deswegen würde ich sagen, ich hole jetzt kurz ein Messer. Das perfekte Unboxing-Messer, das schon kaputt ist. Ich habe echt jetzt nur auf euch gewartet mit dem Auspacken. Ich habe jetzt schon drei Tage bei mir liegen. Spannung steigt. Spannung steigt. Spannung steigt. Leute, ich bin echt hart. Das wird so geil. Achso, Moment, bevor wir auspacken. Hier das Mikrofon für die Kamera. Ich habe jetzt auch noch mal zwei Tage warten müssen. Deswegen kam dieses Video jetzt ein bisschen später als gedacht. Bevor wir jetzt aber mit dem Mikrofon anfangen, würde ich sagen, wir packen jetzt erstmal die Kamera raus. Gut, das interessiert eh keinen. Papierkram. Ich bin so halb, Mann, das ist mir zu geil. Was hat der Vorreiter gezogen? Das muss ich dir schon durchlesen. So, was haben wir denn hier alles? Das ist dieser Sucher-Adapter, glaube ich. Brauche ich nicht. Das ist doch ein asiatischer Stecker, oder? Schon, oder? Ja, ja. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist sogar das Netzteil. Deutscher Stecker. Das ist fürs Ausland. Fürs Ausland. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Was haben wir noch? Einen Akku. Sehr geil. Was haben wir noch? Was ist das? Ach, das ist der... Adapter. Adapter. Ne, das ist das Netzteil zum Anschließen, zum Laden dann. Was haben wir noch? USB. Leute, eben sogar noch Micro-USB. Das ist natürlich sehr traurig, obwohl die Kamera im Februar rausgekommen ist. Natürlich ein Gurt. Den werde ich aber auch nicht brauchen. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Herdstück. Passt mal, das wird so geil. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Zack. So. Ich hoffe, dass überhaupt ein bisschen Saft hier im Akku drin ist. Weil sonst muss ich den erstmal laden. Scheiße, sieht die geil aus. Komm mal her. Leute. Ohne Scheiß. Jetzt geht es hier richtig ab. Wie krank ist das bitte? Geil. Also man kann hier, wie gesagt, das wird jetzt kein Profi-Unboxing oder so, sondern einfach nur kurz. Display. Und das Beste ist, Display nach oben. Was aber ein bisschen komisch ist. Weil so sieht das Ganze jetzt aus. Aber wenn ich das Mikrofon drauf habe, sieht man ungefähr wieder gar nichts. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht kaputt. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Akku hier rein. Und dann switchen wir zu dieser Kamera. Wir haben jetzt einen kurzen Cut gemacht, weil der Akku natürlich leer war. Also wie gesagt, ich habe die hier gerade ausgepackt. Und war ja zu vermuten, dass der Akku leer ist. Ich habe den jetzt kurz mal geladen. Speicherkarte drin. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt zu dieser Kamera. Und das Mikrofon packen wir dann zugleich mit der Aufnahme von der Kamera aus. Dann können wir gleich mal testen, wie gut die Audioqualität von der Kamera intern ist. Vermutlich wahrscheinlich auch wieder richtig beschissen. Und deswegen habe ich mir ja ein externes Mikrofon gekauft. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt an die Kamera. Let's go! So Leute, jetzt freue ich mich hier mal erst ein bisschen auf. Obwohl, ich stelle es jetzt einfach mal auf die Seite. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Beziehungsweise, obwohl die Kamera ist eigentlich das geilste. Ich habe mir ein externes Mikrofon gekauft. Und ich habe mir das, ich hoffe, ich habe das Richtige bestellt. Video Micro Compact On Go. Keine Ahnung, auf jeden Fall von Rode. Ich habe mir natürlich zahlreiche Videos wieder reingezogen. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Hauen es dann auf die Kamera drauf. Und dann schauen wir mal. Beziehungsweise, ich denke mal, die Qualität wird absolut geil. Ich hasse es, Mann. Schauen wir mal. Also wie gesagt, die Kamera habe ich jetzt hier schon zwei Tage oder drei Tage liegen. Auf dieses Mikrofon musste ich ein bisschen länger warten. Verpackung nicht mehr so geil. Schon eingerissen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das aufpicken. Okay. Ich bin so glücklich, Leute. Endlich eine neue Kamera. Bam! Euter mit Wuschel. Mit Wuschel. Weißt du, was das ist? Der Wuschel? Ja, das ist der Wind. Windschutz, ja. Das heißt, das rauscht auch nicht mehr so. So, und jetzt schauen wir mal, ob die, weil ich denke mal, das läuft mit Batterien, ob die Batterien dazugetan haben. Ich denke natürlich nicht. Weißt du, für was das eigentlich mal da ist? Für? Feuchtigkeit. Feuchtigkeit. Das ist auch immer geil. Ich dachte damals, das ist was zum Essen. Das ist Salz. Was ist das? Salz. Salz. So, was haben wir hier Schönes? Okay, das sitzt schon mal gut. Sieht echt geil aus. Wie so ein Pinsel oder so. Ja, das hier schon. Genau. Rasier schon und dann kann sich das hier so einreiben. Ich denke mal, dass es nicht mit Batterien läuft, weil hier keine Batterien dabei sind. Beziehungsweise... Ah, hier steht sogar. No Battery. Das heißt, dieses Mikrofon braucht keine Batterien. Ist auch schon mal sehr geil. Und jetzt würde ich sagen, Leute, wir switchen jetzt, beziehungsweise wir bauen jetzt das Mikrofon an die Kamera. Und dann haben wir eigentlich komplett alles fertig. Kamera, also neue Kamera, Mikrofon und dann geht es richtig ab. So, Leute. Was sagt ihr? Mikrofon ist angeschlossen. Wir hatten zwar noch ein paar Probleme gerade, aber die haben wir jetzt gerade behoben. Wie gesagt, ich wollte einfach heute in dem Video die neue Kamera testen, das neue Mikrofon testen. Und ich hoffe, die Qualität ist jetzt ziemlich geil. Also denke ich mal. Ich habe auch jetzt gut Geld reingesteckt. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zum Testen. Wir haben eigentlich alles ausgepackt. Ich fand es auf jeden Fall cool oder komisch, dass die einen Stecker für andere Länder, beziehungsweise wenn man irgendwo auf Reisen ist, dazu gepackt haben. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und sonst würde ich sagen, Leute, seid gespannt. Jetzt kommen sehr, sehr viele Videos hier solch einer normalen Vlogs Tischumbau, Absorber dran bauen. Also hier im Studio generell draußen Vlogs. Aber das nächste große Projekt wird hier der Tisch. Kannst du nochmal so kurz filmen. Also, wie gesagt, das ist jetzt der Teil, was mich hier am meisten stört. Und wir haben uns jetzt ein paar Ideen überlegt, beziehungsweise ein paar Ideen gemacht, wie wir das ändern werden und wollen. Und deswegen würde ich sagen, aktiviert gerne die Glocke, dann verpasst ihr dieses Video nicht. Wenn es heißt, Umbau im Studio, oder wie nennen wir das Video dann? Der neue Studiotisch. Irgendwie sowas. Der Gigantentisch. Nein, das ganze Schein. Seid gespannt für kommende Videos. Es wird richtig, richtig geil. Ich habe mega Bock. Flo hat auch mega Bock. Wir ziehen uns jetzt Vollgas durch. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis dann. Und ciao.